Die Gentechnik ist in Österreich stark in der Kritik und sehr viel vom Übersee-Säuer ist Gentechnik verändert. Und man hat natürlich auch Probleme mit Spitzmitteln, also Glyphosat zum Beispiel, das Spichwort ist ja auch in der Bevölkerung, ein großes Thema. Die Säuerbohne ist wahrscheinlich schon vor 300 Jahren zu uns gekommen. Das weiß man nicht so ganz genau. Ganz berühmt ist sie aber deshalb, weil sie vor genau 150 Jahren nach Wien gekommen ist, zu Wiener Weltausstellung. Dort war nämlich der japanische Pavillon und die Japaner haben Säuerbohnen mitgebracht. Und ein Professor, der Gründungsrektor, der BOKU, hat diese Säuerbohnen für Österreich und dann auch für ganz Europa entdeckt. Der Haberland ist auf diese Weltausstellung gegangen und hat dort die Säuerbohnen gesehen und hat sich gedacht, das würde ich mir gerne anschauen. Und er hat dann aufgrund dieser Erfahrung, die er da gemacht hat, hat er dann in den Folgejahren Anbauversuche gemacht. Und hat herausgefunden, die wächst eigentlich ganz gut bei uns. Nachdem Haberland ziemlich schnell leider verstorben war, haben die Landwirte auch wieder aufgehört, das anzubauen. Vor allem deshalb, weil sie nicht gewusst haben, was sie mit diesen Säuerbohnen machen sollen. Richtig begonnen hat das dann im Jahr 1988. Da hat man so einige tausend Hektar an Säuerbohnen bei uns angebaut. Die ersten Sorten, die waren nicht ganz ideal an unsere Verhältnisse angepasst. Die waren meistens zu spätreif und da waren die Erträge nicht sehr hoch. Die waren 1.500 bis 2.000 Kilogramm. Aber in diesen letzten 30 Jahren hat eben die Pflanzenzüchtung in Österreich begonnen, adaptierte, angepasste, regional angepasste Sorten zu züchten. Also die Züchtung einer Sorte, das ist eigentlich ein recht langwieriger Prozess. Also da spricht man von 10 bis 15 Jahren, bis eine Sorte dann schlussendlich wirklich auf den Markt gelangt. Also am Beginn steht dann eigentlich meist die gezielte Auswahl von zwei Eltern, die man miteinander kreuzt und kombiniert. Und dann wird für sechs bis sieben Jahre eine Linie entwickelt. Das heißt, die Säuerbohnen bestäubt sich mit sich selbst, sie wird reinerbig. Und dann quasi am Ende dieser Zeit beginnt man schon mit ersten Saatgutvermehrungen. Die Säuerbohnen ist eine Leguminose und damit ist sie in einer Gruppe mit Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen und so weiter. All diesen Pflanzen ist gemein, dass sie Stickstoff aus der Luft fixieren können mit Hilfe von Knöllchenbakterien. Das ganz Besondere an der Säuerbohnen gerade ist das, dass sie dann im Korn wenig Stärke oder gar keine Stärke hat, nicht so wie die Erbse, sondern sehr, sehr viel Protein macht. Und das ist ziemlich einzigartig. Österreich ist von der Produktionsmenge her das viertgrößte Land gewesen 2021 in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Der Sojaanbau ist in Österreich sehr gut etabliert und hat eigentlich wenig aktuelle Probleme. In Summe kann man sagen, wir brauchen zum Beispiel bei Soja meistens nur noch ganz wenige Pestizide. Der Sojaanbau ist sehr bienenfreundlich zum Beispiel. Das ist ein großer Vorteil. Man braucht keinen Stickstoffdünger. Die Sojabohnen kann mit den wärmeren, den immer wärmeren Klimaarten, die wir haben, auch im Sommer besser umgehen als andere Kulturen. Das heißt, die Sojabohnen ist ein Gewinner aus der klimatischen Veränderung, die wir haben. Die Hitze stört sie nicht. Und es gibt auch Berechnungen, Klimawandelberechnungen, die zeigen, dass die Erträge von Weizen, die nehmen wir ja schon ab jetzt. Aber die Erträge von Sojabohnen, wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, werden sie in Mitteleuropa bis ins Jahr 2050 noch zunehmen, weil sich die Sojabohnen wohl fühlt. Soja ist eine tolle Pflanze, eine wunderbare Pflanze. Aber natürlich in den letzten Jahrzehnten erreichen uns immer mehr Berichte über Raubbau am Regenwald. Das ist ein großes Thema. Also Umwandlung von Regenwald in Sojafelder. Die Gentechnik ist in Österreich stark in der Kritik und sehr viel vom Übersicht Soja ist Gentechnik verändert. Und man hat natürlich auch Probleme mit Spitzmitteln, also Glyphosat zum Beispiel. Das Spichwort ist ja auch in der Bevölkerung ein großes Thema. Das ist natürlich alles, was dem Image der Sojabohnen in Europa und auch weltweit sehr, sehr schadet. Unter dem leidet auch der österreichische Sojaanbau. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir ganz, ganz andere Produktionsbedingungen haben. Wir haben gentechnikfreien Soja, wir haben keine Abholzung und wir haben sehr hohe Nachhaltigkeitsstandards auch im Bereich der Pestizide. Das heißt, man muss bei Soja differenzieren. Es gibt solchen und solchen Soja. Es wird sehr viel Sojabohnen aus Brasilien, aus Nordamerika, aus Übersee sozusagen in europäische Häfen gebracht und hier in Europa dann zu Futtermitteln verarbeitet. Und von diesen Ländern bezieht natürlich auch Österreich. Wir haben viele Importe aus Deutschland, wir haben Importe aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich, auch aus Italien für diese Zwecke. GVO-Säuer wird eigentlich genauso gezüchtet wie normale Säuerbohnen. Der einzige Unterschied ist der, zuerst ist ein Schritt, erfolgt ein Schritt im Labor, wo ein Gen, das man in die Säuerbohnen von außen einbringen möchte, wo das eingebracht wird. Also man kann das Gen dann weiter kreuzen, in andere Sorten einkreuzen und so weiter und so weiter. Naja, die Vorteile von GVO-Säuer sind in der Anwendung logischerweise. Das ist ein sehr, sehr komfortables System. Man kann in einem bestehenden Sojabestand ein Herbizid, ein Totalherbizid verwenden und hat mehr oder weniger einen unkrautfreien Bestand. Man muss nicht sehr, sehr stark darauf aufpassen. Die Nachteile liegen darin, dass die Fruchtfolgen dadurch sehr, sehr eng werden, dass viel zu oft Sojabohne auf die gleiche Fläche kommt, viel zu große Flächen in dem Zusammenhang auch zustande kommen. Und die Artenvielfalt, auch was die Pflanzen anbelangt, natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Österreich hat einen sehr hohen Standard bei Soja. Unser Soja wird sehr nachhaltig angebaut. Viele konventionelle Bauern verzichten bereits auf Pestizide bei der Sojaproduktion. Es gibt auch eine relativ große Ölmühle, die Soja in Österreich verarbeitet, wo eben Sojaschrot erzeugt wird. Und daneben gibt es ganz viele kleine mittelständische Betriebe, die Soja tosten und Öl pressen. Und ich finde, dieser Weg, dass wir sozusagen in kleinere Strukturen im ländlichen Raum gehen, das ist ein positiver Nebeneffekt des wachsenden Sojaanbaus. Der Soja wird bei uns gebraucht, wird bei uns verarbeitet und eben sehr oft in kleinen Betrieben. Wir sind also hier auch bei der Nachhaltigkeit weltweit ganz führend. Und wir sind auch bei der Nachhaltigkeit weltweit ganz führend.